Wie mach ich mit du? Oh, schade. Ach, wie cool. Really? Fuck, fuck, fuck! Oh, ich könnte euch so kaputt schlagen, alle. Ja, ihr seid so witzig, ich komm da jetzt halt nicht hoch. Mach's doch nicht, keine Angst. Maxi, kannst du ihn gerade halten hier? Hä? Bin da? Ja, bin ich. Da? Ja, ja. Nein! Nein, okay. So, ihr habt jetzt euren Schwach. Weißt du, ich leg euch keinen Stein in diesen. Ja, wird ja auch nicht. So ein Stahlblock. Ja genau, es ist ein Stahlblock. Oh lolo lolo lolo! Oh sorry, sorry, sorry. Der hätte da rüber gesagt. Der Stahlblock? Ja natürlich. Mach den mal auf hier. Keine Keine? Jalolole! Er hat mich getötet. Ich bin schon wieder runtergefallen, das ist doch eigentlich nicht wahrbar. Ja löscht das mal, das ist eine gute Idee. Ja was mach ich denn? Ich kann sagen was du machst. Ja löscht das Feuer. Das ist Teamwork. Das ist nicht Teamwork. Wie komm ich da nicht hoch? Weil der Stahlbericht auf geht. Nein, aber ich komm da nicht hoch. Ach so, weil er doch auf dem Gelände ist. Was ist denn hier? Oh la la, hier unten ist ganz viel. Lefeuer. Ach so. Ja du, das ist aber ein großer ne? Ja. Ist das ein Feuer? Ja. Nee. Wie kommen wir denn da runter? Ah, alles klar. Du kannst da runter. Wer? Du. Aber ja, und vor allem muss ich rutschen. Ach so schnell bin ich auch nicht. Max, du kannst da runter. Du musst da runter. Ach gut, aber auf dem Dach. Ja. Wo ist denn hier das? Ist klar gewesen. Weiter nach links. Ja, jetzt mach einfach, geh einfach weiter mit dem Tramp. Ganz ehrlich. Er braucht uns. Jetzt kommen wir nicht mehr zurück. Oh fuck. Ach so, Alter. Du stehst übrigens auf dem Weg frei drauf, ne? Den hab ich gar nicht gesehen. Habe ich nicht mehr an. Was ist das? Oh, das ist noch einer. Wiii. Da kommt noch einer. Mach den kaputt, Max. Okay. Mal sehen, es ist hier zu. Oh. Gemein. Oh. Seid ihr im Brunnen? Bin in den Brunnen ge... Jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Jetzt ist das Kind. Ich bin auch im Brunnen. Wiii. Hm, interessant. Levelaufstieg. Super. War nett. Wiii. Sollten wir nicht erst nach Margret suchen, ehe wir die Kobolde verjagen? Die passt schon auf sich auf. Dann hier unten. Hier unten kann man irgendwann in die Luft schwenken. Hier ist auch irgendwas. Ja, stimmt. Kümmern wir uns erst um die Kobolde. Wasser, Wasser überall. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Guck mal, hier brauchen wir Connys Hammer. Ja. Connys Hammer ist in Urlaub. Bist du denn schon ganz, Conny? Ja, du läufst einfach durch, was soll der Scheiß denn? Was soll der Scheiß denn? Ich bin am Ende von Boss, oder was? Ja. Ja. Was soll ich denn? Was soll ich denn mit dir? Ja, ich dachte, wir wollten, dass wir gemeintet spielen. Du läufst einfach vor, wie so ein kleiner Fettsack, ey. So. Kleiner Fettsack, ey. Aber hier trinkst du. Hoffentlich ertrinkst du. Hoffentlich ertrinkst du. Und das kann ich die ganze Zeit machen. Ja, das kannst du nicht. Ja, das kannst du leider nicht. Oh, da. Lalalalalalalala, danke. Weil ich wollte sowieso noch anders besuchen. Weil ich komme nicht nur so darüber. So. Und was wollt ihr jetzt? Tauchen. Tauchen. Nach unten drunter? Ja. Das geht. Nein. Ey, das geht nicht. Ich hab ne andere Idee. Ich muss leider hier ganz an der Kante stehen, um euch zu beobachten. Maxi? Ja. Warte. Ach ja, stimmt. Ach ja, stimmt ja. Und die kann er nicht mal so kaputt machen. Ne, das ist für mich gerade sehr verstörend, muss ich wirklich sagen. Mensch. Was ist denn? Alter. Bitteschön. Nein, zu früh. Zu früh. Maxi? Ja. 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 Da kommt kass. Wie viel wird das dann endslang. Wird man nicht? 穿 was. Ja. Die Famer, die spartiert das hinten. Ich fang rein. Und die Boxen für alle. Ich bin proceedingsista. Da kam ein Schweinchen! Ich hab's erwischt! Was ist das? Was blickt da so schön? Was ist das? Oh, das ist ja klicke! Warte, warte, warte! Wamm, wamm! Das Schweinchen hat mich voll umgeniedelt! Ich hab's gesehen! Du bist geflogen, so! Und... Bam! Ich will da hoch! Oh! What the fuck? Oh, Mann! Mach die Kugel weg! Mach die Kugel weg! Ah, du kannst nix! Oh! Fuck, sehr stark! Ja, nein, du kannst nix! Hier ist die Kugel weg! Hier ist die Kugel weg! Ja, Mensch! Mach den hier! Auch weg! Jetzt hör auf da rumzumattern und mach lieber was wieder wehen! Und geht so scheiß Kugeln, Mann! Halt! Halt! Da ist der Mario-Trick! Da oben! Da will ich hin! Max, mach mal ganz hoch! Welche Seite? Die? Nein! Mach mal die ganz hoch, ja! Fuck! What the fuck? Warte mal die andere... Genau! Ja, genau! Jetzt zieh die andere Seite hoch! Nein, nein, nein! Den da drauf! Den rechts! Genau! Jetzt ziehst du die andere Seite runter! Jetzt muss natürlich die Dicke hier runter! Dann geh doch... Ihr seid die Dicke, ja! Ja, geh runter! Ich geh jetzt! Tore! Ja! Ey! Geil, ey! Richtig! Dicke, fett Mann hier! So, und ihr jetzt? Was macht ihr jetzt noch so? Oh, Pani! Was denn? Ich hab nichts gemacht! Nein! So! Oh, ne! Wer trollt, der wird getrollt! Ich hab mich nicht umgebracht! Könntest du! Was du kannst, bin ich schon lange! Jetzt musst du das andere Ding noch nutzen! Ja! Und rüber mit dir! So, Maxi! Nein! 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 Zuck! Sack! Nee, nee, das geht nicht. Das wäre zu einfach. Das wäre zu einfach! Oh, oh! Max? Ja? Hinter uns ist... Sind euch was? Ich höff lieber den Nachbar. Oh! Du weißt, wie das hängt! Nein, du weißt! Nein! 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 So, hole dich erst wieder, wenn wir drüben sind. Zieh mal den Stecker da. Den Stecker? Hallo, kann ich mich mal wiederholen? Hallo! Der Stecker ist nicht weit genug. Verdammt, Tore! Oh, weißt du, wer wieder? Back in black! Weißt du, wer wieder? Back in black! Muss uns das hier nach oben machen. Oh, Steckchen! Ja? Der ist der andere proportionate so hoch. Wheee. Ohlololololololo... Weißt du was das denn quell? Was das denn... Weißt du! Ach! Mach mal ne Kiste und hau die mal da gegen das Pentadings da! jetzt jemand ja wir müssen das vielleicht auch altertümliche art und weise machen ja ich vielleicht auch ich hab genau so viele skates wie hier hässlichen sack der da hinten steht schon auf der klippe hässlichen sack ja nur weil du keine eigenen worte finden kannst hier hässlichen sack eigene worte finden kannst nein nicht schon wieder ich bin jedes Mal darauf vorbereitet Maxi jetzt ach warte mal wieso war der untere gerade kam der untere gerade nach oben weil ich glaube Conny auch so sehr gegen den Schalter geflogen ist ja sehr gut nach oben war Conny wieder er kommt ja so gut nach ich frage jetzt halt wie komme ich wieder ja wieso geholt mich denn jetzt nicht wieder weil du ein Arsch bist ja weil du ein Arsch bist oh guck mal jetzt kann ich hier stehen und den Kapp gedrückt halten ok nice so perfekt Mensch guck mal Kappels konnte ich mal tot Kappels konnte ich tot mach mal den Arm nach unten so jetzt zu der Seite das ist noch so ein Metallding sonst für dich würde ich sogar über das Feuer gehen boah what Junge hier steht ne Kanone haha schrolalalala schrolalalala ja fahr mal zur Seite wow guck mal ich kann die sogar zurückschicken LAMBO oh ich hab die umgedreht geil Aua Aua lass mal hinterher hier hier ist das habe ich kann nicht das gut 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 kann unten wir haben die die zu hier 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 da ich werde einfacher Pass auf, er schiebt das oben der Kiste ab. Ach doch, was? Na, guck mal da hinten auf der Mauer, da stehen die Leute und schießen mit Bögen. Schießen mit Bögen. Schießen mit Bögen. Schießen mit Bögen. Ohne meine Hilfe wird das sowieso nicht möglich gehen. Ohohoh. Boah, es zeigt ein bisschen. Was ist denn los? Ohohoh. Ohololol. Ohohoh. Ohololol. Ohohoh. Ohohoh. Was zur Hölle ist das denn? Max, hau ab Max. Ohohoh. Jetzt sei frei. Das sind keine guten Sachen. Nooo. Maxi ist tot. Die Goblins kommen unaufhaltsam. Die sind die Hintergrund. Der ist halt die Fresse. Nooo. Ich hab ihn geschlagen. Das ist fast tot. Jetzt gebe ich ihm den Tunstuhl. Da kommt noch einer. Nein. Ah, ich hab ihn besiegt. Wo läufst du hin? Ja. Zack. Ach guck, im Hintergrund. Voll cool. Bam. Was ist denn das hier? Müssen wir jetzt noch füllen da oben? Das muss ich auch. Wow. Ich hab's runter geholt. Ah. Ich hab's kaputt gemacht. Oh Leute. Ist das VW hier? Oder ist das... Halt. Halt. Bleibt stehen. Und hört zu. Wir haben die Margaret. Ah. Ah. Was? Amadeus. Wisst du was? Margaret. Wo zum Teufel warst du denn? Sprech. Und zwar schnell. Der Lindwurm wird sich um euch kümmern. Ich wünsche einen guten Flug. Oh. Jetzt begreif ich. Du inszenierst das hier nur, damit ich nicht länger böse mit dir bin. Hä? Und denkt dran. Kommt nicht zurück. Sonst ist die Frau dran. Hehehehe. Gute Reise. Wohin auch immer. Und bringt endlich das Weib zum Schweigen.